Schlager-Legende Gigi Anderson schreibt an einem Buch. Ob sich sein Kollege Roland Kaiser auf etwas gefasst machen sollte? Schon im Interview teilt er gegen seinen Weggefährten aus. Er schwiege, wenn es um erfolgreiche Schlager-Stars geht, ist Gigi Anderson, 74, ganz vorne auf der Liste. Mit Songs wie Am Weißen Strand von San Angelo und Mama Lorraine landete er große Hits. Auch als Komponisten-Produzent machte sich Gigi Anderson einen Namen. Und arbeitete mit zahlreichen Schlager-Stars zusammen, darunter auch Roland Kaiser, 72, über den er aber kein gutes Wort verliert. Darum ist Gigi Anderson in manchen Schlager-Shows nicht mehr zu sehen. Erst kürzlich gab es musikalischen Nachschub von Gigi Anderson, am Freitag, 7. Juni, veröffentlichte er sein neues Album 7 Leben. Dabei handelt es sich um die 30. Platte des Schlagersängers. Und auch um sein letztes. Es wird keine neue Musik mehr von Gigi Anderson geben. Sowohl als Sänger als auch als Komponist und Produzent hat er viel erreicht, weshalb er jetzt einen Schlussstrich zieht. Trotzdem möchte er weiterhin Konzerte geben, wenn er Lust hat. Obwohl der Schlager-Sänger beruflich immer noch gefragt ist, wird er in gewisse Unterhaltungs-Shows nicht mehr eingeladen. Ich sage nun mal gerne meine Meinung und ecke damit auch mal an, so Gigi Anderson gegenüber Südkorea. Auch für die ZDF-Sendung 50 Jahre Roland Kaiser hat er damals keine Einladung erhalten. Obwohl wir uns seit 50 Jahren kennen und ich viele Hits für ihn geschrieben habe, tat er mir nicht den Gefallen, dass ich in dieser Sendung auftreten konnte, machte der 74-Jährige seinem Ärger Luft. Undankbar, Gigi Anderson schießt gegen Roland Kaiser. Ohne Gigi Anderson wäre Roland Kaisers Hit Santa Maria nicht so erfolgreich gewesen, davon dass der 74-Jährige überzeugt. Hätte ich da nicht eingegriffen, wäre er mit dem Lied auf Platz 595 in den Charts gedümpelt, stellte Gigi Anderson klar. Gut möglich, dass er auf Roland Kaiser in seinem Buch eingehen wird, das er gerade schreibt. Der Schlager-Star verkündete, dass er in seinem Werk die eine oder andere Erfahrung mit gewissen Kollegen veröffentlichen will. Mit seinem Buch möchte Gigi Anderson die wahren Geschichten schreiben, weil er nichts zu verheimlichen hat. Ihm ist die Wahrheit wichtig, was bestimmt einigen missfallen wird. Und das ist die Wahrheit wichtig, dass er die Wahrheit wichtig ist, dass er die Wahrheit wichtig ist.